Herzlich Willkommen zur Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel des DSC Aminia Bielefeld bei der TSK Hoffenheim am Samstag um halb vier zur schönsten Bundesliga-Zeit. Und ich begrüße sehr herzlich hier im Presseraum der Schülkarrena unseren Cheftrainer Uwe Neuhaus, unseren Sportgeschäftsführer Samir Arabi. Wir sind jetzt für die virtuellen PKs umgezogen, um noch etwas stabiler in der Internetverbindung im Ton und somit im ganzen Ablauf zu sein. Und ich begrüße alle Journalisten, die über MS Teams zugeschaltet sind. Nicht mit nach Hoffenheim fahren können Manuel Prietl, Andreas Vogelsammer und Noël Niemann. Die drei fehlen ebenso, wie sie in der letzten Woche gefehlt haben. Und das waren meine Infos. Jetzt sind Sie. Jetzt seid ihr an der Reihe und ich bitte wie immer um ein virtuelles Handzeichen für die Fragen. Die erste Frage kommt von Jens Brinkmeier vom Westfalenblatt. Und danach Norbert Dieckmann für die Glocke. Ja, hallo zusammen. Meine erste Frage geht an Herrn Neuhaus. Herr Neuhaus, können Sie ein bisschen schildern, wo genau die Probleme liegen von Andreas Vogelsammer und Manuel Prietl? Das sind ja beides, wenn ich recht informiert bin, muskuläre Geschichten. Was glauben Sie, wie lange es bei beiden wohl noch dauert, bis sie wieder voll eingreifen können? Ja, das ist bei muskulären Dingen natürlich immer recht schwer zu prognostizieren. Es gibt bei beiden im Aufbautraining immer wieder dann auch gute Fortschritte, wo sie dann fast in den maximalen Bereich reingehen können. Dann haben sie bei der einen oder anderen Bewegung schon ein kleines Problemchen. Natürlich fahren wir dann das Programm wieder ein bisschen zurück. Und das ist jetzt bei Manuel Prietl, da es ja auch die gleiche Stelle ist, wie beim letzten Mal, wo er das verspürt hat, natürlich besonders prekär. Sollte man schon vorsichtig sein, nicht dann einfach weiter zu steigern. Und beim Fogi ist es auch so, dass er bei maximalen Bewegungen dann noch ein leichtes Ziehen spürt. Und deswegen sind wir da lieber ein bisschen vorsichtiger. Da wir in den nächsten Wochen oder auch in den nächsten Monaten noch eine ganze Menge an Spielen haben, wollen wir da kein Risiko eingehen. Norbert, du kannst sprechen. Okay, sorry. Ja, Herr Neuhaus, es ist immer viel die Rede von Druck. Druck im Abstiegskampf, Druck ein Ziel nicht zu erreichen. Ihr Kollege, der Herr Hoeneß, hat jetzt gesagt, er verspürt vor dem Spiel gegen Bielefeld nicht mehr Druck als sonst auch. Wie gehen Sie mit diesem Thema um? Und auch Anschlussfragen hat man das in der Rolle des Außenseiters wie Arminia Bielefeld vielleicht leichter mit dem Thema umzugehen. Es ist leichter damit umzugehen, weil der Klassener hat schon einen großen Erfolg, mit dem man nicht unbedingt rechnen kann. Wie stehen Sie zu diesem Thema? Ja, Thema Druck habe ich, glaube ich, schon mehrfach beantwortet im Verlauf dieser Saison. Druck macht man sich eigentlich immer selber. Man ist natürlich engagiert. Man hat persönlich Ziele, die man erreichen will. Und von daher, ja, ob jetzt eine Schlagzeile mehr oder weniger in der Zeitung steht, das ist für mich kein Druck. Druck entsteht dann, wenn du sportlich nicht erfolgreich bist. Der entsteht aber in einem selber und nicht durch äußere Einwirkungen. Also von daher macht es mir auch relativ wenig aus. Die Situation für beide Mannschaften ist natürlich schwierig. Wir haben jetzt das Auswärtsspiel in Hoffenheim, die, wenn sie in Topform sind, sicherlich zu den besten Mannschaften der ersten Liga gehören. Das haben sie in der Anfangsphase der Saison gegen Bayern mit einem fulminanten Spiel gezeigt. Das haben sie in der Euroleague gezeigt, wo sie, glaube ich, fünf von sechs Spielen gewonnen haben. Jetzt so nach und nach, auch durch personelle Engpässe, durch Verletzungen, durch Corona, immer wieder mit vielen, vielen Wechseln, haben, glaube ich, nur einmal hintereinander oder einmal mit derselben Formation gespielt. Das sind dann schon Schwierigkeiten, die man im Laufe einer Saison bewältigen muss. Und da haben sie jetzt gerade nicht ihre beste Phase. Und das wollen wir natürlich auch ausnutzen. Für uns wäre es sicherlich von Vorteil, wenn wir dort in Führung gehen würden. Weil ich glaube, dass dann das eine oder andere aus den letzten Spielen dann auch wieder sich in den Köpfen der Spieler breitmacht. Ja, so wollen wir es angehen. Und das ist unser Ziel. Die nächste Frage kommt von Michael Richter für den Kicker. Ja, Uwe, hallo erstmal. Es heißt ja immer so schön, eine siegreiche Mannschaft sollte man nicht unbedingt verändern. Ich könnte mir aber vorstellen, dass Sie doch die ein oder andere Notwendigkeit sehen, sich taktisch auch nach dem Gegner zu richten. Oder ist das Selbstbewusstsein inzwischen so groß, dass Sie sagen, wir spielen unser Ding durch mit unserer Mannschaft und richten das weniger aus? Können Sie da mal so ein bisschen schildern, in welchem Spannungsfeld Sie sich da gerade bewegen? Ja, ich glaube noch nicht, dass wir oder ich glaube nicht, dass wir noch nicht so weit, schon so weit sind, den Gegner immer außer Acht zu lassen. Das ist Punkt eins. Aber da wir gegen Hoffenheim spielen und die Punkte, die ich gerade auch schon genannt habe, auf uns zukommen. Wir wissen weder vom System, was Sie mehrfach geändert haben, ob es mit Dreierkette war, ob es im 4-2-3-1, im 4-4-2 mit Raute war. Sie haben sehr viele Formationen durchgespielt. Und der personelle Aspekt, der kommt dann natürlich auch dazu. Sie hatten ja zwölf Ausfälle. Es werden sicherlich nicht alle wieder dabei sein, aber der ein oder andere, den erwarte ich schon. Also von daher können wir uns weder vom System so richtig auf den Gegner einstellen, noch personell. Und deswegen ist es vielleicht gegen Hoffenheim umso mehr der Fall, auf unsere eigenen Fähigkeiten zu schauen. Das, was wir gut gemacht haben, jetzt auch gegen, sagen wir mal ganz kurz, unser letztes Spiel. Unser letztes Spiel zu Hause? Der Sieg? Gegen Hertha! Genau, genau, genau. Ich finde, da waren viele positive Dinge vorhanden. Die müssen wir ein kleines bisschen auf Hoffenheim natürlich abgerichtet dann nochmal besser machen. Vor allen Dingen auch unsere Chancen dann wieder verwerten, wenn wir welche bekommen. Dieses druckvolle Spiel, was wir in der zweiten Halbzeit gezeigt haben. Versuchen, von Beginn an hinzubekommen. Das sind die Aufgaben, die uns für Hoffenheim bei uns auf der Liste stehen. Ja, die nächste Frage kommt von Jens Brinkmeier. Ja, Herr Neues, Sie sagten gerade, gegen Hertha gab es viele positive Dinge. Aus meiner Sicht gehört Fabian Kunze sicherlich dazu. Sie verraten wahrscheinlich nicht zu viel, wenn Sie jetzt sagen, dass er auch in Hoffenheim Manuel Priet vielleicht nochmal schildern kann, was Fabian Kunze auszeichnet und was ihn so gut macht. Ja, das Geheimnis wird mir auch keiner abnehmen, wenn ich sage, dass es nicht so wäre. Nein, natürlich wird er wieder spielen, weil er seine Aufgabe ganz hervorragend gemacht hat. Eigentlich so wie immer, wenn er gebraucht wird, ist er da. Was ihn auszeichnet, ist eine Top-Professionalität im Training, in den Spielen, auch auf unterschiedlichen Positionen. Er hat, ja, schon, ich glaube, der erste Einsatz war, glaube ich, in Viktoria Berlin. Auf der rechten Außenverteidiger-Position, dann hat er Innenverteidiger. Im Training sowieso dann auch häufiger gespielt. Er findet sich auf der Sechs zurecht. Ist egal, ob alleine oder als Doppelsechs. Also er ist schon sehr flexibel und top-professionell und er hat sich dann auch im Spiel nach vorne deutlich verbessert. Deswegen hat er garantiert seine Chance auch wieder verdient. So, es fehlt noch die nächste virtuelle Hand. Die nutzt Philipp Kreuzer von der NW, bitte. Genau, ja, Herr Neuhaus, der Sami Arabi hat bei uns jetzt gesagt, dass er den Eindruck hat, dass die Mannschaft sich zunehmend zu Hause fühlt in der Bundesliga. Wie sehen Sie das? Ist das für Sie auch etwas, was Sie beobachten, dass es sozusagen so eine, was das betrifft oder was man vielleicht das Psychologische nennt, eine Entwicklung innerhalb der Mannschaft gibt, dass diese Adaption immer besser gelingt? Ja, das würde ich definitiv auch behaupten. Ich glaube, dass wir am Anfang schon deutlich Schwierigkeiten hatten. Einmal mit dem Gegner an sich, mit dem Namen des Gegners schon. Dann haben wir auch viele Top-Vereine direkt zu Beginn der Saison gegen uns gehabt. Dann die Spielweise. Ich glaube, dass die Robustheit in den Zweikämpfen eine außerordentlich große Rolle gespielt hat und da haben wir schon deutlich Schwierigkeiten, uns auch da heranzutasten, was eigentlich alles erlaubt ist. Ich glaube auch, dass es da einen Unterschied zwischen 1. und 2. Liga gibt. Das haben wir schon feststellen können. Und das haben wir so nach und nach adaptiert. Und da haben wir uns wirklich verbessert und haben uns der Spielweise, wie sie in der 1. Liga gepflegt wird, angepasst. Und das hat auch dazu beigetragen, dass wir stabiler geworden sind. Philipp, ist deine Hand noch oben, weil du noch eine Nachfrage hast? Ja, so ist es. Hallo Samir, auch an dich eine Frage. Heute gibt es die Meldung, dass Yanni Serra von Holstein Kiel im Sommer kommen soll. Kannst du das bestätigen? Ist das richtig? Ich habe sogar noch den einen oder anderen Namen gelesen. Und bevor jetzt vielleicht gleich noch ein anderer mit einem anderen Namen um die Ecke kommt, wollen wir es doch dann so handhaben, dass wir grundsätzlich irgendwelche Spekulationen bezüglich Neuzugänge nicht kommentieren wollen. Dann hat Mareike Zeck vom WDR die nächste Frage. Ja, ich wollte gerne noch einmal an Herrn Neuhaus eine Frage stellen, die an die Frage davor anknüpft und an das, was Sie vorher gesagt haben. Sie haben gesagt, den Druck machen Sie sich selber. Und Sie haben auch gerade nochmal gesagt, dass Sie auch finden, dass die Mannschaft sich sozusagen immer besser einfindet in die Bedingungen in der ersten Liga. Wie sehr wachsen denn Ihre eigenen Ansprüche sozusagen? Also wenn Sie jetzt wirklich mal auf sich als Trainer auch gucken, werden Sie sozusagen im Positiven gesehen ungnädiger mit der Mannschaft? Und wie sehr oder was bedeutet das dann für das aktuelle Spiel jetzt also gegen Hoffenheim? Ja, welchen Anspruch haben Sie da mittlerweile an Ihr Team? Ja, es ist ja so, wenn eine Mannschaft zeigt, wozu sie in der Lage ist, dann kann man das auch von ihr verlangen. Jetzt weiß ich natürlich auch, dass Spiele immer unterschiedlich laufen können, aber trotzdem eine gewisse Konstanz sollte die Mannschaft jetzt schon zeigen. Das heißt nicht, dass wir jetzt jedes Spiel gewinnen oder jedes Mal zu Null spielen, so gut wie keine Zorch-Chance mehr zulassen. Das kann in jedem Spiel wieder völlig neu sich gestalten, aber eine gewisse Konstanz verlange ich schon. Und die Wucht und die Einsatzkraft und die Leidenschaft, der Wille der Mannschaft, der muss immer zu sehen sein. Das ist das, was uns auszeichnet, wo wir dann auch Gegner schlagen können, wenn sie vielleicht nicht in Top-Form sind. Und genau das brauchen wir und die Punkte, die werden wir dann am Ende auch benötigen. Mareike, deine Hand ist noch hoch. Möchtest du noch eine Frage stellen? Ja, wenn ich nochmal nachhaken darf, wenn Sie vielleicht noch einmal jetzt sozusagen das weiterspinnen können aufs Spiel gegen Hoffenheim, würden Sie dann jetzt in der aktuellen Verfassung, in der Hoffenheim ist, sagen, das ist jetzt dann auch ein Gegner, den man schlagen kann, schlagen sollte? Schlagen kann, bin ich absolut bei Ihnen. Schlagen sollte, muss man immer vorsichtig mit sein. Das sind dann immer zugewagte Prognosen. Wenn man die Fakten nimmt, dass Hoffenheim sicherlich zu den spielstärksten Mannschaften gehört, dann liegt man richtig. Wenn man einen anderen Fakt dazu nimmt, dass das die Mannschaft ist, die die viertmeisten Großchancen herausgespielt hat, dann weiß man, zu was sie in der Lage sind. Sie haben aber ganz wenige davon nur nutzen können. Dann hofft man natürlich auch, dass es nicht unbedingt in dem Spiel passiert, wenn man selber gegen sie spielt. Aber wir haben es in der eigenen Hand, das zu verhindern. Und da müssen wir unser Bestmögliches geben und dann können wir sie aufschlagen. So, Moment. Jetzt schnellt die nächste Hand hoch. Erst Jens Brinkmeier und dann Michael Richter, bitte. Ja, Herr Neuhaus, erwarten Sie in Hoffenheim ein ähnliches Spiel wie zuletzt gegen Hertha? Das ist am Anfang, dass Sie auf jeden Fall auch vielleicht das Augenmerk wieder darauf richten, auf jeden Fall stabil zu stehen. Erstmal hinten stabil zu stehen. Sie sprachen gerade an, dass Hoffenheim sich sehr, sehr viele Großchancen rausspielt. Das war ja letzte Woche auf Schalke auch so. Klar, sie haben 0 zu 4 verloren da, die Hoffenheimer, aber die hätten ja auch 2-0 führen können, schon ziemlich früh. Das war ja gegen Hertha ähnlich. Also erst defensiv kompakt stehen und dann hat sich die Mannschaft ja im Laufe des Spiels immer weiter gesteigert, ist offensiv immer stärker geworden. Glauben Sie, es gibt eine ganz gute Möglichkeit, dass das, Ihnen in Hoffenheim auch gelingt? Ja, das hängt häufig vom Gegner ab, was auch der Gegner zulässt, welchen Plan der Gegner hat. Grundsätzlich wollen wir schon relativ hoch stehen. Manchmal ist es der Gegner zu, manchmal ist es schwieriger. Wir müssen sehen, was Hoffenheim uns anbietet. Wir wollen den Mut haben, hoch anzugreifen. Ob es uns dann gelingt, wenn nicht, müssen wir uns natürlich dann auch ein kleines bisschen mehr zurückziehen und wieder versuchen, in die Kompaktheit zu kommen. Hoch anlaufen bedeutet schon, dann auch größere Räume zuzulassen. Dann bedeutet es, dass wir eng am Mann stehen müssen, um in die Zweikämpfe zu kommen, um das Spiel eventuell auch unterbrechen zu können, wenn wir eine schlechte Position haben. Das sind alles Fakten oder Faktoren, wo es von abhängig ist, wie man letztendlich das Spielrennen auch gestalten kann. Also grundsätzlich wollen wir es schon sehr hoch gestalten, aber manchmal funktioniert das noch nicht ganz so. Uwe, es wird heute noch sehr viel über das Spiel letzte Nacht in Kiel gesprochen. Erste Frage, haben Sie es auch eng verfolgen können? Es ging ja bis tief in die Nacht rein tatsächlich. Und glauben Sie, dass in so einer Konstellation klein gegen groß, wie sie Arminia auch mutmaßlich am Samstag in Hoffenheim erwartet, diese Kieler Leistung gestern als Musterbeispiel dafür dienen kann, wie man selbst gegen einen scheinbar übermäßigen oder anscheinend übermäßigen übermäßig starken Gegner Schwachstellen finden kann und sein eigenes Spiel danach so ausrichten kann, dass man zu realistischen Chancen kommt, so wie es die Kieler gestern geschafft haben? Ja, zum einen würde ich jetzt nicht sagen, dass der Unterschied zwischen Hoffenheim und Bielefeld anscheinend so groß ist, wie der von Bayern gegen Kiel vor dem Spiel. Und zum anderen kann man, glaube ich, an diesem Spiel ganz gut sehen, was es ausmacht, wenn man eine erfolgreiche Saison spielt, wenn man Selbstvertrauen hat, wenn man Dinge wie selbstverständlich dann auch erledigt und runterspielt. Und das war schon absolut beeindruckend, wie sie Bayern... Ich habe erst in der zweiten Halbzeit gesehen, Verlängerung dann noch mit einem Auge und dann habe ich mich irgendwie über die Runden gequält. Aber es war hochinteressant und der Mut wurde belohnt. Und es hat sich schon angedeutet, so in den letzten 20, 30 Minuten, wie Kiel dann aktiver wurde und immer frecher wurde. Sicherlich etwas glücklich, in der Nachspielzeit den Ausgleich zu erzielen. Aber letztendlich war es dann auch verdient und der Mut wurde belohnt. Wir haben es ja auch so versucht, zu Beginn der Saison, nach einer guten Saison, nach dem Aufstieg, haben dann sehr viel Selbstvertrauen mit nach Frankfurt genommen, haben das erste Heimspiel gegen Köln gewonnen, haben dann aber nach und nach merken müssen, dass es in der ersten Liga dann schon deutlich schwieriger ist, ein eigenes Spiel so durchzusetzen, so dominant zu sein. Und dem haben wir sicherlich Tribut gezollt und haben dann stückweise unser Spiel dann auch verändert, bis auch zu einem anderen System mit mehr Robustheit, mehr Kompaktheit. Ich glaube, dass es für uns der richtige Weg war. So, alle Finger sind nach wie vor unten. Gibt es sonst noch Fragen an Samir Arabi oder Uwe Neuhaus? Es scheinen alle Fragen beantwortet zu sein. Dann sage ich an dieser Stelle herzlichen Dank an Samir Arabi und Uwe Neuhaus und auch an alle Beteiligten. Wir kommen gleich in doch noch zehn Minuten, dauert es. Dann sitzt hier Fabian Kunze zum zweiten Teil unserer PK und bis dahin sage ich einfach bis gleich und vielen Dank. Herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Pressekonferenz vor dem Spiel bei der TSG Hoffenheim. Wir haben hier oben kurz gewechselt und begrüßen jetzt sehr herzlich Fabian Kunze. Fabi, schön, dass du da bist. Du kommst direkt vom Training rüber. Und ja, das Prozedur bleibt. Bitte die virtuelle Hand heben, dann können wir Fragen stellen. Und dann geht es los in der Reihenfolge mit Philipp Kreuzer, Tim Linnenbrücker und Jens Brinkmeier. Ja, hallo Fabian. Der Trainer hat gerade im ersten Teil der Pressekonferenz schon mal angekündigt, dass du in Hoffenheim spielen wirst. Das Ganze hat irgendwie schon, finde ich, etwas von einer Selbstverständlichkeit, dass du dann auch jetzt den Preeti ersetzen wirst. Selbstverständlich wirkt auch vieles, was du auf dem Platz machst. Wie nimmst du selbst deine Entwicklung war in den anderthalb Jahren, die du jetzt bei Arminia bist? Wie würdest du es selber beschreiben? Ja, also ich sehe die Entwicklung ähnlich positiv. Ich denke auch nochmal, dass ich einen relativ großen und guten Schritt jetzt gemacht habe mit dem Aufstieg, mit auch den Spielen in der Bundesliga. Und ich glaube, dass das vielleicht einfach so leicht bei mir aussieht oder so rüberkommt. Ja, ist einfach geschuldet von harter Arbeit. Ich probiere mich da täglich im Training anzubieten. Und ja, von daher fällt es mir aktuell ganz einfach. Fabian Kunze, ihr habt euch ja einen Ruf erarbeitet in der Bundesliga als, ich würde es mal nennen, Sorgenvergrößerer. Also andere Mannschaften, die Sorgen haben, die haben nach den Spielen gegen euch noch mehr Sorgen oder noch größere. Das hat zu den Siegen geführt in der Liga. Jetzt geht es zu einer Mannschaft, die wieder angeschlagen ist, macht das besonderen Mut. Und woher kommt diese Stärke? Ist das mentale Stärke? Ist das Stärke des Zusammenhaltes? Wo machst du das dran fest? Ja, also ich denke, man kann das jetzt nicht anhand von einem Spiel festmachen. Ich denke, die Mannschaftsstärke, der Teamgeist war schon immer vorhanden. So was wird natürlich durch den Sieg, wird halt deutlich mehr gestärkt. Ich denke, das ist normal. Ja, für uns geht es einfach darum, jede Woche Gas zu geben. Einfach auch ein Gegner zu sein, gegen den man nicht gerne spielen will. Ich denke, das durfte Hertha jetzt am Wochenende auch erfahren. Ja, ich denke, wenn wir das wieder auf den Platz bringen, wie gegen Hertha, haben wir auch in Hoffenheim und haben gute Chancen. Und ja. Wie angeschlagen sind die Offenheim bei deinem Moment? Ja gut, ich denke, das ist kein Geheimnis, dass da ein paar Spieler verletzt sind. Aber wie gesagt, das ist für uns nicht wichtig, weil wir müssen uns darauf konzentrieren, wie wir das Spiel angehen, wie wir bestimmte Phasen in dem Spiel spielen wollen. Und das ist viel, viel wichtiger, als sich zu sehr mit dem Gegner zu beschäftigen. Michael, bitte. Und danach Jens Brinkmeier. Ja, Fabian, du hast ja die ersten Spiele mehr oder weniger von draußen zugeschaut. Das tut keiner sicherlich gerne. Aber kannst du vielleicht doch mal schildern, inwiefern dir das geholfen hat, in dem Sinne, dass du die Spiele ja intensiv verfolgt hast und möglicherweise dir auch so deinen persönlichen Matchplan zurechtgelegt hast, wie du der Mannschaft helfen kannst, wenn du dann tatsächlich auch mal auf dem Platz stehst? Und kannst du auch dann mal schildern, was so aus deiner Sicht so genau das ist, was du einbringst, dein Input, was deine Stärken sind, wie du dich wohlfühlst, wenn du dich auf dem Platz bewegen darfst? Also zu dem ersten Teil der Frage kann ich einfach nur sagen, dass ich einfach ein Spieler bin, der egal, wie lange er spielt, immer Vollgas gibt. Klar ist man dann auch ein bisschen verärgert, wenn es dann nicht von Anfang an ist. Ich denke, alles andere wäre auch schlimm, wenn nicht. Ich probiere halt einfach mit meiner Zweikampfstärke, manchmal dann vielleicht auch ein bisschen zu übertrieben, aber einfach als Zeichen für die Mannschaft. Okay, komm. Und jetzt auch in den letzten Spielen, ich denke, man konnte auch sehen, dass ich schon auch einen guten Zug nach vorne habe, also nicht nur die defensive Variante bin, sondern dass ich da durchaus auch das Spiel nach vorne tragen kann. Jens, bitte. Ja, du hast es gerade schon angedeutet, dass dich das so ein bisschen ärgert, dass du, wenn du auf Verbank sitzt, der Trainer, wurde ja gerade schon gesagt, hat dich in höchsten Tönen gelobt. Das macht er ja eigentlich ständig, seit du da bist. Aber Stammspieler bist du jetzt noch nicht geworden. Ja, was fehlt dir da noch aus deiner Sicht? Oder ist es einfach immer noch ein Lernprozess? Und sagst du auch, ja gut, solange Manuel Prietl das so macht, kann ich mir von ihm auch noch was abschauen? Ja, gut, ich denke, dass man sich von Prietl ein bisschen was abschauen kann, ist, denke ich, klar, weil da die Erfahrung halt deutlich höher ist als bei mir, vielleicht jetzt auch nicht unbedingt in der ersten Liga. Ja, ich probiere halt, mich immer weiterzuentwickeln, weiter hart zu arbeiten. Und ja, ich bin davon überzeugt, dass harte Arbeit dann irgendwann auch belohnt wird. Und ja, so gehe ich halt jeden Tag an. Jetzt haben wir noch Tim nochmal und dann nochmal Michael Richter. Außer die Hände waren... Tim, du musst nochmal das Mikrofon anmachen, dann klappt es besser. Eine Nachfrage noch, ob jetzt Stammspieler oder erweiterter Stammspieler. Bundesliga-Profi ist Bundesliga-Profi. Wie viel von dem, was du dir als Jugendspieler beim VfL-Thesen damals wahrscheinlich erhofft hast und erträumt hast als Kind, Bundesliga zu spielen? Wie viel von dem ist denn eingetreten und wahr geworden? Und wo hat dich dann vielleicht die Erste Liga überrascht oder das Profi-Dasein? Also ich denke, zu meinen Thesen der Zeiten war jetzt nicht unbedingt daran zu denken, mal in der Bundesliga zu spielen. Muss ich auch ganz ehrlich sagen, da ging es für mich... Ja, definitiv, klar. Das ist der Grund, warum man, denke ich, mit Fußball anfängt. Nur ich war nie einer, der von Anfang an gesagt hat, ich muss Bundesliga spielen, sondern ich glaube, das zeigt auch einen Teil meiner Karriere, dass ich immer in kleinen Schritten gedacht habe, dass es dann auch so passiert. Ja, von daher war da jetzt vielleicht nicht der erste Gedanke daran, sondern einfach Spiel und Spaß an dem Sport zu haben. Ich denke, das stand im Vordergrund. Ja gut, ist natürlich jetzt ein Traum in Erfüllung gegangen. Das ist ja auch kein Geheimnis, aber es soll ja auch nicht nur bei einem Traum bleiben, sondern ja, für mich ist das halt aktuell, ja, ist halt einfach der Job und ja, da habe ich halt vollen Fokus drauf. Fabi, du bist relativ unerkannt in die Mannschaft gestoßen, unbekannt auch für viele, vielleicht auch für viele Gegner. Merkst du da schon einen Entwicklungsprozess, dass Gegner sich etwas besser auf dich einstellen? Ich kann mich an Szenen erinnern, an Spiele erinnern auch, wo es eher so aussah, oh, wo kommt der jetzt her, was machen wir mit dem? War das in dem letzten Spiel vielleicht schon ein bisschen anders? Ja, ist schwierig zu sagen, denke ich. Ich denke, dass sich jeder, jede Mannschaft auf bestimmte Spieler, ja, dass die genau angeschaut werden, wie sie Spieler verhalten. Klar ist das bei mir jetzt nicht so extrem viel wie vielleicht bei anderen Spielern. Ja, aber ich denke schon, dass ich da in der Analyse von anderen Gegnern jetzt auch eine Rolle spiele, definitiv. Kannst ruhig noch weitersprechen, Michael. Ja, ich wollte eigentlich noch was anderes fragen. Noch mal einen Blick in deine Vergangenheit. Waren das wichtige Erfahrungen und Lehren? Du warst ein Jahr, glaube ich, auf Schalke in der Jugend. Erstmals, glaube ich, so richtig, ein bisschen weiter von zu Hause weg. Hast, wenn ich das richtig gelesen habe, früher auch mal Handball gespielt. Sind das alles so Dinge, die dir im Kopf und vielleicht auch jetzt sogar für dein Spiel oder für deine Herangehensweise an deinen jetzigen Sport geholfen haben in deiner Entwicklung? Ja, definitiv. Ich denke, egal, ob es jetzt ein anderer Sport war oder vielleicht nur ein Jahr bei Schalke, ich denke, dass mir das auf meinem Weg, für meinen Charakter schon extrem viel geholfen hat. Ja, ich habe halt auf Schalke, habe ich gelernt, wie hart manchmal auch das Business sein kann. Von daher bin ich daran extrem gewachsen und habe mich eigentlich nur stärker gemacht. Philipp Kreuzer, bitte. Fabian, du hast eben gesagt, es soll nicht bei diesem einen Traum bleiben, nämlich dem in der Bundesliga zu spielen. Was sind denn da noch für Träume, also rein sportlich? Ja, gut. Ich denke, dass man in der Liga bleibt. Ich denke, das ist ein großes Ziel von uns und dafür geben wir ja auch Tag für Tag Gas auf den Trainingsplatz. Darüber hinaus habe ich natürlich auch persönliche Träume, das ist keine Frage. Aber die sind jetzt halt, wie gesagt, nicht wichtig. Jetzt ist erstmal wichtig, dass wir ein gutes Spiel gegen Hoffenheim machen und dann werden wir nach dem Spiel sehen, ob es geklappt hat oder nicht. Wenn wir bei dem Klassenerhalt mit der Mannschaft bleiben, wo würdest du, wenn er denn gelänge und das ist ja so, dass ihr im Moment ganz gut unterwegs seid, wo würdest du den ansiedeln? Hätte der für dich einen ähnlichen Stellenwert wie der Aufstieg oder sogar noch höher? Ich denke schon, dass es einen relativ hohen Stellenwert hat, wenn man halt sieht, was für Mannschaften noch unter uns angesiedelt sind. Aber wie gesagt, das habe ich ja eben schon gesagt, wir müssen einfach schauen, dass wir Woche für Woche einfach eklig zu bespielen sind. Und dann denke ich, dass wir gute Chancen haben, auch in der Liga zu bleiben. Keine virtuelle Hand, doch kaum ausgesprochen. Jens Brinkmeier, bitte. Ja, ich habe noch eine Frage. Wer schneidet dir eigentlich die Haare? War ja irgendwie klar, dass es kommt. Aktuell ist es meine Mama tatsächlich. Da bin ich relativ froh drüber. Aber du willst wahrscheinlich hinaus, wie das bei uns in der Mannschaft ist. Also da kann ich nur sagen, dass sich da die Mannschaft komplett gut verhält. Ich denke, das zeigt auch, dass wir keinen einzigen Corona-Fall haben bisher. Von daher auch einfach Respekt an die Mannschaft. Ja, das finde ich auch erstaunlich. Arminio ist, glaube ich, eine der ganz wenigen Mannschaften oder die einzige, die bisher noch ohne Corona-Fall durch die Saison kommt. Und schildere doch mal bitte deinen Tagesablauf. Du stehst morgens auf, fährst zum Training, fährst nach Hause und verbringst den Rest des Tages dann in den eigenen vier Wänden. Und wer kauft ein? Oder machst du das? Oder wie läuft das bei dir? Ja, manchmal kaufe ich ein. Ich denke, das ist auch wichtig, dass man auch die vier eigenen Wände auch mal wieder verlässt. Ich bin dann viel mit meinem Hund spazieren, viel an der frischen Luft. Ja, es ist klar, dass man nicht so viel unternehmen kann, wie vielleicht vor der Corona-Zeit. Aber ich denke, das ist nun mal so jetzt. Damit muss man sich abfinden. Und ich denke, dass sich das keiner gewünscht hat und dass wir alles dafür tun müssen, dass es auch mal ein Leben nach dem Corona wieder gibt. Gesundheit, wer auch immer gerade genießt hat. Ja, es sind keine Hände mehr oben. Drei, zwei, eins. Es schnellt nichts mehr nach oben. Dann vielen Dank, Fabi, dass du heute hier warst. Wir hoffen, dass dein Wunsch in Erfüllung geht. Erstmal jetzt am Samstag eklig und erfolgreich zu spielen in Hoffenheim. Und dann noch das, was den Klassenhalt angeht. In dem Sinne, bleib gesund, bleib fit. Damit wir dich Samstag auf dem Platz sehen. Wir sehen uns dann auch Samstag in Hoffenheim und hoffen auf ein gutes Ergebnis für unsere Mannschaft. Bis dahin noch eine schöne Woche. Vielen Dank und auf Wiedersehen.